Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Borussia Mönchengladbach, Bundesliga 2022-2023, erster Spiel, alle 20 Spieltag, Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München, Ergebnis 3 zu 2. Startelf von Borussia Mönchengladbach, Romelin, Brandleiner, Petraka, Elati, Benchabani, Kramer, Kone, Hoffmann, Stinsel, Wolf, Belea, Startelf von Bayern München, Sommer, Parfantat, Barfert, Obregano, Belit, Knisch und Abri, Kure, Krasenbach, Korenzka, Davies, Thomas Moneach, Schopo, Mutting, das war's von Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München, 6 Uhr 9.